Star Citizen hat bei Kickstarter die 33-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Und wir fassen zusammen, welche Neuerungen es beim Anniversary-Livestream am Dienstag gab. Als erstes widmete sich Chris Roberts den aktuellen Next-Gen-Konsolen, für die es laut seiner Aussage noch keine Pläne hinsichtlich einer Star Citizen-Umsetzung gibt. Sicher ist jedoch, dass es Kämpfe zwischen Großkampfschiffen geben wird. Allerdings sollen diese durch reservierte Plätze in den Instanzen schwerer einzunehmen sein. Ebenfalls wird zurzeit eine halbe Million Dollar in die Entwicklung einer moderneren Technik zur Erstellung von Texturen gesteckt. Ein Highlight nach knapp einer Stunde Stream war dann das erste Video zur Einzelspieler-Kampagne Squadron 42. So soll die Story des Spiels nicht nur linear verlaufen, sondern sich anhand der Entscheidungen des Spiels entwickeln und ändern. Ich bin sehr froh, dass wir mit der Gemeinschaft sehr nahe arbeiten, um etwas für die Leute, die das Spiel spielen werden, anstatt nur etwas zu entwickeln. Und dann etwas unter den Verständlichen, dass wir für einen Publisher arbeiten. Und in der Art der Weise, wie wir es jetzt machen, können wir direkt mit den Leuten arbeiten. Wir spenden viel Zeit auf den Forumen, zu verstehen, was die Leute wollen und was sie fühlen und wo sie gehen wollen. Und natürlich haben wir eine sehr klare Richtung, wo wir es nehmen wollen. Aber es ist auch großartig, dass wir das Feedback von anderen Leuten bekommen. Eine Entscheidung über die Synchronsprecher soll allerdings erst 2014 fallen. Die Entwickler sehen Squadron 42 nicht nur als Tutorial für das Online-Spiel. Dementsprechend soll es zwischen 50 und 70 Missionen geben. Dies umfassen nicht nur Weltraumschlachten, sondern auch Ego-Shooter-Abschnitte und Sequenzen, in denen man andere Raumschlachten verändert. Des Weiteren soll das Erstellungssystem für die Charaktere in die Geschichte von Squadron 42 eingebaut werden. Laut Chris Roberts geht es in einem Zukunftsszenario von Star Citizen eher darum, von welchem Planeten man kommt, als aus welchem Land man stammt. Nächstes Prunkstück war eine Vorstellung der Orchesteraufnahmen. Hier mal was zum Reinhören. Die Musik stammt aus der Feder von Pedro Macedo Camacho. Diese ist unter anderem für die musikalische Untermalung in Sacred 2 und Afterfall verantwortlich gewesen. Für ihn reichte schon der Name von Chris Roberts, um ins Projekt einzusteigen. Um 6-7 Minuten perfekte Musik zu erhalten, braucht es laut dem Komponisten bis zu 4 Stunden Aufnahmen im Studio. Die Musik im Spiel soll dynamisch sein und auf Ereignisse reagieren können. Auch für jede außerirdische Rasse wird es spezielle Musik geben. Teils auch schräge Klänge, die sich wohl kein Mensch freiwillig anhören würde. Es spuken auch viele Gedanken zu einem integrierten Radio herum. So spiele man mit den Gedanken, den Usern eine Lizenz zu verkaufen, mit welcher sie dann ihren eigenen Sender im Spiel streamen können. Ein anderer Ansatz ist, dass der Spieler eigene MP3-Musik direkt im Spiel anhören kann. Nach der Vorstellung haben die Star Citizen Fans sogar die Webseite von Pedro vor lauter Interesse zusammenbrechen lassen. Zur Zeit wird auch am Astroid-Hunger gearbeitet. Noch vor Weihnachten soll es einen entsprechenden Patch geben. Des Weiteren soll der Hangar mit mehreren Etagen ausgestattet werden. Etwas geschockt dürften die deutschen Fans gewesen sein, als bekannt gegeben wurde, dass es keine Star Citizen Con 2014 in Berlin geben wird. Dies liegt daran, dass kein Veranstaltungsort gefunden werden konnte, in den mehr als 3000 Personen passen. Stattdessen soll es mehrere kleine Events rund um die Welt geben. Das neu vorgestellte HUD, Design von John Lykins, konnte begeistern. Der UI-Designer, der unter anderem für die Displays in Iron Man 3 bekannt ist, erklärte den Unterschied zwischen Game-Hud und Film-Display. Es ist anders, weil in Filmen alle die UI und Dinge sind einfach falsch. Und wir können es einfach machen, wie wir gehen. Aber im Spiel-Environment müssen alle diese Dinge einen Grund haben. Und sie müssen Sinn haben. Das neue HUD ist in 3D gebaut und soll mit Oculus Rift wesentlich besser rüberkommen als mit einem Monitor. Ebenso wird es für jedes Schiff ein spezielles HUD geben. Jedoch ist dies nur in der Cockpit-Ansicht zu sehen. Auch werden Dinge wie Laserschüsse und Nebel das HUD optisch beeinflussen. Ein kleines Video der Shooting Ranch zeigt, wie man mit den Waffen zielen und diese modifizieren kann. Die Waffensounds sind allerdings noch nicht ansatzweise final. An ihnen wird noch gearbeitet. Und für alle Nörgler. Man ist sich wohl bewusst darüber, dass eigentlich im Weltraum keine Geräusche zu hören sind. Aber für die Atmosphäre im Spiel sind sie enorm wichtig. Ein Schiff könnte zum Beispiel für den Piloten Sounds für anfliegende Raketen oder Laser selbst generieren. Junge 不用 Untertitelung des ZDF, 2020